Als Jesus in das Haus des Vorstehers kam und die Pfeife und das Getümmel sah, spricht er zu ihnen, Entfernt euch, denn das Mädchen ist nicht gestorben, sondern es schläft. Und sie lachten ihn aus. Was für ein Vers. Also Jesus kommt, Gott und Fleisch, Entfernt euch, das Mädchen ist nicht gestorben, sondern es schläft. Und was machen sie? Sie lachen ihn aus. Und wenn die Welt Jesus versportet hat, dann denke einfach daran, dass die Welt dich versporten wird als Christ. Ich meine, da kommt Jesus Christus, der Herr der Herrscharen, Gott und Fleisch und sie lachen ihn aus. Er ist da, um dieses Mädchen aus den Toten aufzuerwecken und sie lachen ihn aus. Also mach dich einfach darauf gefasst, wenn du mit dem Evangelium kommst, werden Leute dich versporten. Du wirst versportet werden als Christ, früher oder später. Mach dich einfach darauf gefasst. Verwundert euch nicht, meine Brüder, wenn euch die Welt hasst. Wir sollen uns nicht darüber wundern, nicht erschrocken sein. Haben sie den Hausherr in Beelzebul genannt? Wie viel mehr seine Hausgenossen? Sie haben Jesus als den Teufel bezeichnet. Wie viel mehr werden sie uns als Teufel bezeichnen? Ihr seid von Dämonen, ihr seid vom Satan. Und so oft sieht man das und hört man das, auch in den YouTube-Kommentaren zum Beispiel, ihr seid vom Satan oder das ist genau das, was der Satan macht, was ihr macht. Aber hey, sollten wir uns darüber verwundern? Nein, verwundert euch nicht, meine Brüder, wenn euch die Welt hasst. Als aber die Menge hinausgetrieben war, ging er hinein und ergriff ihre Hand und das Mädchen stand auf und die Nachricht hiervon verbreitete sich in jener ganzen Gegend. Also Jesus hat das Mädchen aus den Toten auferweckt. Aber warum sagt Jesus hier, denn das Mädchen ist nicht gestorben, sondern es schläft? Nun, weil das Mädchen gerettet war. Wäre das Mädchen nicht gerettet gewesen, wäre sie ungläubig gewesen, dann hätte sie Jesus nicht aus den Toten auferweckt. Denn wäre sie als Ungläubige gestorben, wo wäre sie dann gelandet? In der Hölle. Und rate mal was, es gibt keinen Ausweg aus der Hölle. Und Jesus sagt in Johannes Kapitel 11, Vers 25 bis 26, Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer lebt und an mich glaubt, wird niemals mehr sterben oder wird in Ewigkeit nicht mehr sterben. Also wir werden niemals sterben. Wir werden es niemals erfahren, was es heißt, tot zu sein. Deswegen sagt Jesus eben, das Mädchen ist nicht gestorben. Sie ist nicht gestorben im geistlichen Sinne, sondern es schläft. Natürlich ist sie tatsächlich im wortwörtlichen, physischen Sinne gestorben. Jesus hat sie aus den Toten auferweckt, aber sie war nicht in der Hölle. Sonst hätte sie Jesus gar nicht auferweckt. Und die Nachricht davon verbreitet sich nie in der ganzen Gegend, wo wir auch sehen, sie war tatsächlich körperlich gestorben. Ansonsten hätte sich die Nachricht davon nicht in der ganzen Gegend verbreitet. Und dann wäre es nichts Besonderes gewesen natürlich.